Aktuell vergeht quasi kein Tag ohne krasse Meldung im Finanzuniversum. Es gibt hierbei aber Leute, die sich diese Meldungen anschauen, verstehen, versuchen einzuordnen und es gibt wiederum auch, und dazu gehören wahrscheinlich die breite Masse, die sich eigentlich auf die großen Indizes stürzen, darauf schauen und sich denken, super, steigt doch nach wie vor alles, klappt doch, passt doch. Aber dass parallel die großen Volkswirtschaften auf der Welt in Schieflage geraten, dass Banken pleite gehen und eigentlich schon jetzt die Vermögenswerte von der Bankenkrise 2008 überstiegen sind, dass wir Krieg haben und vor allem auch, dass sogar die großen Firmen, die eigentlich ja die Indizes anziehen, ständig auch massenhaft Mitarbeiter entlassen müssen, weil es eben einfach wirtschaftlich nicht mehr so läuft, das bekommt man entweder nicht mit oder man ignoriert es einfach irgendwie. Also irgendwie ein bisschen alles fernab der Realität, zumindest für meine Wahrnehmung. Und ich bzw. wir von Axino sagen, das System wird uns 2024, 2025 um die Ohren fliegen. Andere sagen wiederum, stimmt nicht, du Crash-Prophet, du willst nur mit dem Panik der Leuten irgendwie Geld verdienen und uns Gold verkaufen oder sonst was. Kurzer Einschub dazu, ich verdiene mein Geld 0,0 mit Panik irgendwelcher Leute, ich will auch gar keine Panik machen, ich verkaufe hier auch kein Gold, keine Aktien, nichts. Wir wollen aufklären, wir wollen sensibilisieren und zwar auch darauf hinweisen, dass große Probleme auf uns zurollen werden. Zudem wisst ihr, wir sind Rohstoffinvestoren und auf axinocapital.de, da haben wir auch eine Übersicht an Firmen, die finden wir spannend, darüber berichten wir, dafür werden wir wiederum von den Firmen bezahlt. Das wisst ihr alle schon, also diese Unterstellung, die immer mal wieder kommt, du willst uns ja nur irgendwas verkaufen, das stimmt nicht, sondern wir wollen sensibilisieren und hinweisen. Oder mit anderen Worten, wie Dr. Polleit es kürzlich in einem gemeinsamen Interview sagte, Die nächste Krise ist vorprogrammiert, das ungedeckte Papiergeldsystem alleine für sich genommen, produziert früher oder später Fehlallokationen, die so groß sind, dass das System in Schieflage gerät. Ja, und jetzt warne nicht nur ich, sondern auch die BaFin, also Deutschlands Finanzaufsichtsbehörde, in einem ihrer aktuellen Berichte, dass die angespannte Situation in diesem Gewerbeimmobiliensektor einige Banken in ernstzunehmende Schwierigkeiten bringen könnte. Nochmal, diese Warnung, die kommt nicht von irgendwem, diese Warnung kommt nochmals von offizieller Seite, von Seiten der BaFin. Also kein Blabla, keine Panikmache, einfach Realität. Und der Einfluss von Immobilien, von Immobilienkrediten auf die Wirtschaft, das ist gewaltig. Ja, 2008, da ging es zwar mehr um Herausforderungen bei Privatkrediten, auch im Immobiliensektor, aber eben auch das Brodeln an der Gewerbeimmobilienfront, gerade bei den Kreditgebern, also bei den Banken, das ist ein gewaltiges Brodeln. Und das kann ordentlich einschlagen. Wir wollen uns heute nochmal ein bisschen mehr in dieses Thema arbeiten, wollen gucken, was ist dran, was ist vielleicht auch damit verbunden und was ist schon jetzt im Argen. Mein Name ist Jan Willhöf von axinocapital.de und wir investieren seit 35 Jahren in Edelmetall- und Rohstoffaktien. Und um diesen Sektor zu verstehen und auch einschätzen zu können, müssen wir immer wieder einmal herauszoomen, ja, nicht nur mit dem Kopf durch die Wand, sondern wir müssen uns das Makro-Umfeld der Märkte anschauen. Und wenn ihr aus unseren kostenlosen Videos, wo wir genau das für euch zumindest versuchen und tun und für euch einordnen, wenn ihr aus diesem kostenlosen Content etwas für euch mitnehmen könnt, ja, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne etwas zurückgeben. Und zwar zum Beispiel in Form eines Daums nach oben, vielleicht auch einen kurzen Kommentar unter diesem Video. Ja, das hilft uns einfach mehr Menschen mit dem Video erreichen zu können, das pusht den Algorithmus. Wir freuen uns da, sind auch schon sehr, sehr dankbar für alle, die das sehr regelmäßig und sehr fleißig tun. Keineswegs selbstverständlich. Jetzt geht's direkt aber los mit unserem Video. Schon seit Längerem schlagen Experten wie Bruce Casman, ja, das ist der Leiter der Wirtschaftsforschung von der JP Morgan, also der größten Bank, der schlägt Alarm vor einer drohenden globalen Finanzkrise, die es in sich hat. Eine drohende Krise, die könnte beispielsweise ausgelöst werden, auch über den Gewerbeimmobilienmarkt. Denn der Markt für Gewerbeimmobilien, der befindet sich derzeit in einem ganz klar zu erkennenden Abwärtstrend. Es geht sogar steil runter. Und einer der Gründe hierfür ist beispielsweise, dass seit den Corona-Jahren, nennen wir sie mal, natürlich auch immer mehr Arbeitnehmer von zu Hause, also von dem Homeoffice aus, arbeiten, beziehungsweise in einigen Fällen wahrscheinlich eher so tun, aber immerhin dadurch langfristig auch wesentlich weniger Berufsflächen benötigt werden. Klar, ja, wenn man einfach mal als große Firma 10, 20 Prozent cutten kann, warum nicht? Hinzu kommt auch, dass Bauprojekte in, ja, gerade dem Umfeld, was wir gerade haben, steigende Preisen, noch immer Top-Niveau an Zinsen und sowieso konjunkturellen Unsicherheiten, sind solche Bauprojekte eben wenig bis quasi gar nicht attraktiv für Investoren auf der einen, aber Firmen auf der anderen Seite. Und die Deutsche Bundesbank, die hat dazu auch schon eine Statistik veröffentlicht. Und den Chart dazu, den blenden wir euch gerade einmal ein, Denn wir sehen, dass seit Mitte 2022 stetig sinkende Preise für Gewerbeimmobilien stattfinden. Ja, wie gesagt, es ist eher eine Spirale nach unten. Und vor allem Büro- und Einzelhandelsflächen sind dabei ganz besonders stark betroffen. Und ganz ehrlich, das sehen wir übrigens selber, ganz kurzer Einschub aus unserem Geschäftsalltag. Wir sitzen hier mit Axino in einem Neubau in Essling. Den haben wir jetzt mit der Firma erst im letzten Jahr bezogen. Und neben unserem Büro, also das Büro ist quasi ein Erdgeschoss von darüber liegenden Wohnhäusern, wir sind quasi unten als Gewerbeebene, und neben unserem Büro gibt es eben noch weitere Einheiten, weitere Räumlichkeiten, die für Gewerbetreibende zur Verfügung gestellt werden sollen. Und die Wohnungen, ja quasi über uns, die Wohnflächen, die sind wohl zu größten Teilen vermietet auch. Ja, da sieht man auch wirklich Menschen, die da wohl drin leben. Aber die Gewerbeflächen, hier links und rechts von uns, die sind von der Finalisierung auch weit entfernt. Also seit unserem Einzug hier waren da auch keine Handwerker mehr drin. Ja, das sind Büros, die sind quasi kurz davor fertiggestellt zu werden, aber wenn keiner einziehen will, dann braucht man sie auch nicht final fertigstellen. Und das sieht man eben an vielen Stellen. Und wer will auch unter den aktuellen Umständen als Firma vielleicht auch das Risiko nehmen, auf gerade eine frische Immobilie zu kaufen oder zu mieten. Und wie gesagt, das ist jetzt nur mal ein Beispiel aus der Nachbarschaft. Ich bin mir sicher, jeder kennt Beispiele von Gewerbeimmobilien, die leer stehen. Und zu kämpfen haben dabei eben ganz besonders die Banken. Denn laut einem Bericht der EZB, also unserer Europäischen Zentralbank, ist im ersten Halbjahr 2023 die Zahl der Gewerbeimmobilientransaktionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und fast 50% zurückgegangen. Ja, okay, zugegeben, das ist jetzt schon ein bisschen was her. Aber dennoch sehen wir mal, dass die Tendenz ganz klar auch nach unten ist. Und Grund dafür war zum Beispiel, dass die Marktentwicklung vor allem durch die fallenden Immobilienpreise gebremst wurde. Und selbst auch die größten börsennotierten Vermieter hier im Euroraum generell betrachtet, werden der EZB nach davon nicht verschont. Denn gerade diese werden auch mit einem großen Kursabschlag auf den sogenannten Nettoinventarswert gehandelt. Ja, das ist damit auch der größte Abschlag, der seit dem Jahr 2008 auf solchen Unternehmen stattfindet. Und wir alle wissen, was damals war. Die Situation sieht aber eben auch für die Banken insgesamt sehr schwierig aus. Denn die Rückstellungen für drohende Kreditausfälle werden weiter zunehmen. Ja, das lässt sich bereits seit Längerem und vor allem ja eben auch bei unseren Freunden in den USA und jetzt auch eben bei uns in den gewerblichen Immobilienkrediten immer mehr beobachten. Aber eine schlechte Nachricht im Finanzsektor, die kommt auch selten allein, gerade in solchen Zeiten. Bis Ende 2025 werden 560 Milliarden Dollar an Krediten für Gewerbeimmobilien fällig. Das entspricht mehr als der Hälfte der gesamten Immobilienschulden, die generell in diesem Zeitraum fällig werden. Ende 2025, das ist ziemlich bald. Und für die Banken bedeutet das eben vor allem eine wichtige Sache. Nämlich die Aussicht, die schlechte Aussicht auf noch mehr Zahlungsausfälle. Und jetzt kann man sich vielleicht fragen, hä, wieso? Nun ja, Grund dafür sind beispielsweise schon jetzt einige Vermieter, die Schwierigkeiten haben, ihre Kredite überhaupt zu bezahlen oder sich vielleicht sogar gänzlich von den Gebäuden zu trennen. Oder um es einfach mal mit den Worten von Herrn Harold Baldwin, dem Direktor bei Keen Summit Capital Partners zu sagen, das ist ein riesiges Problem, mit dem der Markt rechnen muss. Und weiter sagt er, die Bilanzen der Banken berücksichtigen nicht die Tatsache, dass es viele Immobilien gibt, die sich bei Fälligkeit nicht auszahlen werden. Und das ist ja noch nicht alles, ja. Ihr wisst es ja vielleicht, der Milliardär René Benko, das ist ja ein Investor auch aus dem Immobilienbereich und er ist auch der Gründer von Signer. Wie ihr alle schon mitbekommen habt, vor, ich glaube jetzt einem Vierteljahr inzwischen, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger, hat das Unternehmen auch schon Insolvenz angemeldet. Aber es war so, dass René Benko mit seinem Immobilienimperium von der Privatbank Julius Baer einen Kredit von über 600 Millionen Schweizer Franken bekam, oder nicht nur einen, sondern kumuliert von mehreren Krediten. Und jetzt erreichte uns quasi ganz frisch die News, dass die Gewissheit da ist, dass dieses Geld definitiv verloren sei. Also auch wieder ein Riesenrückschlag für Julius Baer. Und der inzwischen Ex-Bankchef von Julius Baer, Philipp Rickenbach, der wurde wegen dieser gesamten missglückten Deals inzwischen jetzt auch entlassen. Aber wir sehen mal, mal unabhängig von einer Personalie, ja was gerade so abgeht in dem gesamten Sektor. Und die nächste Bank, auch jetzt in dem Fall natürlich eine kleinere Privatbank, okay, aber wieder eine Bank in Schwierigkeiten. Wieder eine Bank mit enormen Verlusten. Und wenn man sich so die News anschaut, anhört, hört man zur Zeit eben ständig von vor allem auch eben kleineren Banken, die zunehmend diese Liquiditätsprobleme einfach bekommen. Das ist einfach ein Riesenproblem, wenn man jahrelang heruntermanipulierte Zinsen hat und plötzlich das Ding gewaltig hochfahren muss. Den Banken geht es sogar teilweise so schlecht, und das hatte ich euch kürzlich in einem Video erzählt, dass man ja jetzt schon mal Social Media überwachen lässt, um eben zu schauen, welche Informationen so über die schlechte Lagen der Banken verbreitet werden, diese zu beobachten und womöglich dann auch einzuschränken. Wie gesagt, darüber hatten wir erst ein Video, das ist hier nochmal in der Infokarte verlinkt. Ihr seht also, es ist richtig krass am Knistern, insgesamt in diesem Bankensektor. Und natürlich knistert es. Den Banken, denen geht das Wasser ja auch bis zum Hals. Und das ist ja nicht ausgedacht. Die Einlagen, die sind teilweise super gering und auch das Eigenkapital. Erst kürzlich wurde die HSBC-Bank zu einer Geldstrafe verurteilt. Denn das Unternehmen hat sieben Jahre lang die Einlagen von hunderten Kunden gar nicht erst geschützt. Wie kann das denn sein? Wie kann man als Bank die Einlagen nicht schützen? Das ist euer eigentlicher Job. Und das ist nur jetzt mal ein Fall, der irgendwie durchgesichert ist. Ja, was meint ihr denn eigentlich, wie viele Banken schon bei einem Mini-Banken-Run endgültig fallen würden? Ja, so Banken wie die Silicon Valley Bank, die Milliarden an Vermögenswerten hatten. Das sind Banken, die kennen wir teilweise gar nicht, die schon pleite gegangen sind. Das sind nur die kleinen. Ja, und die Gefahr auf einem Banken-Run, ganz ehrlich, die wird auch immer höher, weil das Vertrauen in den Bankensektor weiter sinkt und die Banken parallel immer weiter Verluste und Probleme einfahren. Übrigens, der BaFin-Chef, der Mark Branson, der hatte klare Worte, unter anderem auch in einem Podcast. Denn in einem Podcast sagt er unter anderem, dass die Zeiten einer Sonderkonjunktur für Banken eben jetzt vorbei seien und sich die Banken jetzt auf eine härtere Zeit einstellen müssen. Viele haben es in Zeiten extrem niedriger Zinsen übertrieben. Deshalb ist eine notwendige Korrektur gekommen. Eine notwendige Korrektur sieht aber in unserem Fall gerade so aus, dass wir Pleiten ohne Ende haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es aber auch nur eine kleine Korrektur ist oder vielleicht ein großes Problem. Und er nannte eben auch Gewerbeimmobilien als das Risiko Nummer eins von Banken. Auch sagte die BaFin, also jetzt als Behörde, in einem Bericht, dass die betroffenen Banken tatsächlich noch länger mit diesen Problemen zu kämpfen haben werden und auch eine höhere Risikovorsorge betreiben müssen, sich vielleicht auch mal einen Plan B überlegen müssen. Wir alle wissen ja, wie krass verbunden das Bankensystem ist. 2008 haben wir es gesehen. Eine Bank geht über die Wupper, zack, ist das ganze Dominospiel gefallen. Und wenn auch nur eine der mittleren Banken schon fällt, ganz ehrlich, dann war es das. Und die Anzeichen, die werden immer klarer, die werden auch schon von offiziellen Seiten immer mehr gepusht, um ja auch so ein bisschen durch die Blume zu sagen, hey Leute, so gut läuft es gar nicht. Es wird immer mehr von den Risiken gewarnt und wenn, wie gesagt, schon die offiziellen Stellen waren, dann sollte auch der Letzte verstanden haben, wie kitzlig die Situation und die ganze Lage ist. Wir werden die Probleme, die über die letzten Jahre, seit auch vor allem 2008, entstanden sind, die sind ja nie gelöst worden. Die sind immer nur aufgeschoben worden. Das hat ja jetzt gut geklappt, gar keine Frage. Es hat sich deutlich weiter rausgezögert, als man gedacht hatte. Es ist aber klar, dass jetzt alles zeitverzögert dramatisch auf uns zukommen wird. Die genaue Zeitpunkt, den kann einem keiner sagen. Aber dass die nächste Krise kommt, das ist sicher. Und ihr merkt eben, das Ganze kann auch eben in 2024, 2025 wahr werden. Wir sprechen hier inzwischen wirklich über Verluste in Milliardenhöre, als ob es nichts wäre. Milliarden, das ist unfassbar viel. Die Bankenkrisen 2008 in Vermögenswerten gesehen, zwar gefühlt Peanuts, im Vergleich zu dem, was jetzt schon ein paar kleine Banken bewirkt haben. Also Leute, ganz besonders Augen auf, wenn man sich jetzt mit dem Thema Investieren befasst. Die Banken haben keinen Plan B. Die Banken werden auch riesen weiterhin Probleme bekommen. Wir glauben, dass gerade physische Edelmetalle in solchen Zeiten massiv profitieren werden. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Bad News are good news for Gold. Und deshalb sind wir eben auch seit vielen Jahren in diesem Sektor unterwegs, weil er einfach extrem spannend ist. Und weil eben die ganze Finanzwelt gerade so kitzlig ist. Und dann können natürlich insbesondere Gold-Minenaktien sehr, sehr spannend werden. Darüber berichten wir hier auf axinocapital.de regelmäßig. Auch auf unserem Investorenportal findet ihr viele kleine Firmen, nicht nur Edelmetallfirmen, auch zum Beispiel Batteriemetalle oder Öl und Gas, Energieaktien, falls ihr sowas interessant findet. Das sind natürlich alles kleine Firmen. Bei denen ist das Risikoprofil natürlich nochmal ein völlig anderes, deutlich höher. Das muss allen bewusst sein. Auch geben wir nie eine Anlageberatung. Haben auch zwei Interessenskonflikte. Die werden gleich nochmal mit Disclaimer genannt. A auf axinocapital.de. Die Firmen sind Firmen, in die wir tendenziell selber auch investiert sind. Sprich eigenes Geld, Interessenskonflikt 1, Interessenskonflikt 2. Wir müssen von irgendwas leben. Ich habe es eingangs gesagt. Ich lebe nicht davon, dass ich hier irgendwelche Produkte aktuell verkaufe. Sondern wir leben davon, dass wir auch von den Firmen für unsere zum Beispiel Übersetzungsdienstleistungen bezahlt werden. Mehr Infos, wie gesagt, im Disclaimer. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal. Und da freue ich mich, wenn wir uns hier im nächsten Video wiedersehen.